Die, tut die Fähigkeit gut aus. Ja, der. Ich bringe Antwort von dem Giraten. Zeig her. Na schön. Wie viel bietet er an? Also. 300 Goldstücke. Das ist dein letztes Wort. Wie überaus großzügig. Scheiße. Ich werde mich mit 200 Goldstücken zufrieden geben. 100 kannst du als Entlohnung für deine Dienste. Achso, danke. Hä? Scheiße, warte mal. Wie standen laden? Bin ich denn da gerade? Ach, da gab es einen. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre etwas ganz anderes. Die Bordi ist ganz laden, laden, laden. Da, warte mal vor lange. Pedro. 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 Van Trashy. Pedro. Da bist du Pedro. Ja, ja. So. Jetzt. Die Fuego. Bus. Gib. Bist du. Schlösel. Heizabreiterarbeit. Was ich. Äh. Penis. Äh. Ne. Bist du. Nein, ich. Äh. Jetzt krieg ich schon mal auf laden. Speichern muss. Schlösel. Die Fuego. Die Fuego. Obst du groß geworden. Zeig her. Na schön. Wie. Äh. 100. 100 Goldstücke. Was erdreistet er sich. Das ist auf keinen Fall akzeptabel. Äh. Ich bin noch nicht gut. Schade. Mann. Denk doch. Denk mal darüber nah. Bus hat gesagt, ich kann bis 200 gehen. Das klingt vernünftig. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Übergriffe seitens der Piraten ab jetzt aufhören. Äh. Was ist mit meiner Belohnung? Bitte was? Roquefort sagte, ich würde 100 Goldstücke bekommen, wenn ich eine Antwort von den Piraten bringe. Wenn Roquefort dir Gold verspricht, dann soll Roquefort dich ausbezahlen. Wer ist Roquefort? Wer ist Roquefort? Wer ist Roquefort? Wer ist Roquefort? Ah, scheiße. Der steht nicht mehr da. Der linke Stiefel. grünen. Okay. Das wer ist vielleicht? Das ist schön. Eintajets. Was знаем. Seerkarte. Okay. Steht nicht dabei. Legendäre. Gegenstände finden das Auftraggeber. Wie hieß die? An demandsазieren für die Waren. Ah, vier von, fünf von, jetzt vier Löcher mio Ah, okay, ich kann hier unterspringen Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Das ist doch einfach nicht da, Alter Boah, wie kann ich das... Warte Ja, aber ihr müsst Krog haben Mach hier bloß keinen Ärger Ihr müsst aber Krog haben Ja, aber ihr müsst Krog haben He, he, he Krog Was? Lass mich blaus in Ruhe He, 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 he He, he, he Gerade nicht Hockfort Die Fuego rückt mein Gold Die Fuego rückt mein Gold nicht raus Und was hab ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke Hör mal, ich hab dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt Nicht nur, weil ich die Sache loswerden muss Oh, das ist schon ganz, oder? He, 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 he He, he, he Ja, ja, ist klar Gibt's ein Problem mit Tifuego hast? Komm bitte damit nicht zu mir Es ist eine Frage der Ehre Kämpfen wir darum Du forderst mich zum Duell? Na schön Wenn du gewinnst, bekommst du das Gold Aber wenn du verlierst, höre ich nie wieder ein Wort von der Sache Bist du bereit? Mach schon! Spiel statt Speicher Marschlorade, Marschlorade, ganz schnell. Aber die ausbeuten können wir nicht mehr, das ist doof. Alle sitzen nicht schwer entseln. Na schön, du hast gewonnen. Hier sind deine verdammten 100 Goldstücke. In Zukunft werde ich mich nicht mehr mit Vagabunden wie dir einlassen. Lass uns zunieren, ich will mehr über den Umgang mitbekommen. Ich will mehr über den Umgang mitbekommen. Konterparaden, ey. Lass uns zunieren. Lass uns, meine... Äh, schon wieder. Vorge ist eigentlich nicht. Aber egal. Oh, nein. Macht heute viel Spaß im Umgang. Oh, 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 oh. Was? Ach schon. Ach. Ach. Ach, ach. 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 Kurz auf! What the hell? Das war nur ein Training, das ist immer nix. Puh, beim Training verliere ich und beim Kampf gewinne ich. Aha! Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist egal. Ne Scheisskopf. Die letzte Runde geht. Ich muss weiter. Geh auch im Kampf halt. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Gerade nicht. Mann, wer verkauft der Knockrock? Wäre doch hier wie lange Zeit auf Trageo. So. An den Zuckerinseln. Neben einer Zucker... Da gibt es im Haus. In der Insel ein kleines Tier unten ist. Rock für die Wache. Press Dialog. Osorio. Du kannst es machen. Auf jeden Fall. Sprich mit Gilles. Du findest ihn in meinem kleinen Haus am Ende des Zeits. Gilles. Gilles. Irgendwo ein Gilles. Gilles. Du komm sofort hier. Was hast du denn schnaderstehle zuhört? Ja 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 ja, nein! Gilles! Du kommst nicht! Ich hab mich verärgeriert. Ahh! Du hast den Gefangenen befreit! Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte ich... Lass dich mal anleben! Was? Bei allen Göttern willst du von mir? Zeig mir die Sache! Zeig mir die Sachen. Ich bin so verärgert. Zeig mir einfach die Sachen. Ah, hier ist die Plantage. Krüppel. Krüppel entdeckt. Oh. Platz trägt er da. Uuuuuh. Aber wieso leid das denn nicht von alleine? Ist doch feilig kacke. Muss man da mal... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, meine Fresse! Der Lade wird schon dort viel zu lange. Aha. Zack. Zack. Man, bei der Feindertick kann man einfach hochstehen und dann klatschen. Warum hier nicht? Warum hier nicht? Mama, warum hier denn nicht? Mama. Mama. Gilles? Wache. Gerade nicht. Gilles? Nein. Sag jetzt immer, nein. Oh no palave. Nein? Okay. Bist du Gilles? Psst. Oh no palave. Achso. Bist du oh no palave. Oh no palave. Bist du Gilles? Ich habe Hunger. Hä? Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Ne, warte mal. Ich möchte ein anderes Bild haben. Boy. Warum lassen sie dich hungern? Warum lassen sie dich hungern? Ich habe versucht zu fliehen. Oh. Das ist meine Strafe. Hast. Hier hast du etwas zu essen. Hier. Hast du was zu essen? Ich habe deine Brüder im Dschungel getroffen. Ja? Ich habe deine Brüder im Dschungel getroffen. Und du lebst noch? Das heißt, sie sind tot. So ist das. Es gab keinen anderen Weg mehr für sie. Sie waren in den Gräbern. Sie mussten versuchen, dich zu töten. Sonst wäre der Zorn der Ahnen über sie gekommen. Erzähl mir mehr über die Gräber. Erzähl mir mehr über die Gräber. Unser Volk lebt schon lange nicht mehr hier. Aber es sind Gräber der Ahnen auf dieser Insel. Bau mir heraus. Ja. So. Ja. Die Ahnen, die dort sind, sind sehr mächtig. Okay. Was ist der Zorn der Ahnen? Was ist der Zorn der Ahnen? Wenn die Gräber der Ahnen aufgrund gierbarer Absichten geschändet werden, so kann es sein, dass die Ahnen sich mit einem Blutopfer zufrieden machen. Aha. Geschieht es aber aus Gier. Dann erheben sich die Ahnen aus ihren Gräbern. Aha. Und bereiten dem Einringling ein Blut. Aha. 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 Was ist der Zorn der will mich hier töten? Und du hast wieder? Oh, ne Pullover ein. Ja. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Oh, bist du ein bisschen veröjert. Oh, das tut mir aber leid. Wo war ich mein erstes Opfer, junger Mann? Ist hier hinterher was? Ne Flutwürze. Ne, mach ich mir auch. Ne Flutwürze. Ne Flutwürze. Ne Flutwürze. Ne. Ach, du bist doch zu blöd zu springen. Zweit war der zu besser am Springen. Na gut, na hier kann er nicht mehr springen. Ne Gaga Nuss. Ne Flutwürze. 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 Wait, am I? Ah, das war's! So, das war der Tod von der... ...Armen. Was ist hier? Pah, scheiße. Voll die Brüder. Ich muss sie... Ich bin langsam. Das ist ja gar nichts. 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 Das war das? Ah, das ist ja gar nichts. Küste! Und... Das kann man nichts... Kann man nicht erdschärfen? Hab ich das? Hatte ich das schonmal? Wir haben ja gesehen Äffchen, oh wie süß der Äffchen Lass uns hier wieder reingehen Eid, Scheißbaum Gelöss 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 Nein Gelöss Ja Freu dich, es gibt Grog Freu dich, es gibt Grog Hat der dicke Faulpelz wieder einen Laufburschen gefunden? Solange er gute Vier zahlt Anscheinend nicht gut genug Es müssten 5 Flaschen sein Dann hatte wohl jemand Durst Aber du hast Glück Ich habe heute einen guten Tag Du darfst nochmal wiederkommen Und dann hast du 5 Flaschen dabei Wir haben uns verstanden, denke ich Ach soo, 4 Flaschen Grog muss man haben Äffchen Da bist du ja wieder Ich hatte mal bekommen von denen Wo sind meine 5 Flaschen? Ich hol sie schon noch Das will ich auch schwer hoffen So ein Arschsteuer Gibt's denn jetzt hier eine zu verkaufen? Ah, weiß wo Wir sehen uns dann bis hier Ciao Ciao Vielen Dank.